Ganz Tag von morgens bis abends unterwegs, bis die Füße müde werden. Ja, ich bin der Seat Kovic und bestecke individuelle Kappen, richtig. Nur mal zur Information, damit die Leute auch nicht fragen, was heißt denn 791, dass es Oberrüssel seit 791 gibt, sollte ja jeder wissen. Das ist die originelle Marburger Evangelisch Dracht. Wie gefällt dir das hier? Mir gefällt das sehr gut, ich arbeite hier. Ach, du arbeitest hier und was machst du hier so? Wir machen die weltbeste Pasta. Ich habe noch nicht so viel gesehen, ich muss ja immer arbeiten, aber es ist sehr schön hier. Tschüss. Tschüss, schönen Tag noch. Morgen. Oh nein. War es spät gestern Abend? Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, ich spreche auch Deutsch. Ja, hervorragend, das ist ja super. Sitzt ein Würmchen. Sitzt ein Würmchen auf der Türmchen mit der Schirmchen unter der Irmchen. Kommt der Stürmchen, wird der Würmchen mit der Schirmchen unter der Irmchen von Türmchen. Super, Weltrekordversuch, dankeschön, mir ist nicht eingefallen. Wann am 18. Juni, Samstag, den 18. Juni. Weltrekord im Ukulele-Spielen. Vielen Dank. Ich glaube, es gibt viel mehr von uns, auch wenn man keine Flügel sieht. Hallo. Kommt doch mal. Ist sie langsam nicht mehr in der Lage, geradeaus zu gucken. Aus diesem Grund sind wir jetzt beim Optiker hier am Ort und gucken mal, was mit ihren Augen so los ist. 3, 6, jetzt fängt es an, ähm, 9, ähm, liegt vielleicht auch am Alkohol. Ja, hier ist die 1 an 2. Ja, ich fahre direkt los. Geht es auch ein bisschen schneller? Platz, Platz, Platz. Dass Oberösel eine schöne Stadt ist, darüber brauchen wir uns nicht zu streiten. Nein. Im direkten Umfeld von Frankfurt gibt es im Prinzip keine schönere Stadt von der Aufmahrung her, von den Leuten her, von der Gastfreundschaft her. Also wir haben ihm nichts dafür bezahlt, dass er das gesagt hat. Das kam von ganz von allein. Auf einem Feuerwehrauto Karussell zu fahren. Mir ist so schlecht. Der Hessentag ist natürlich eine Veranstaltung, erstens mal für Hessen. Dann natürlich auch für uns kleine Radios. Friederwaldradio, wie wir vorher hießen, jetzt Radio RBR. Wir sind jetzt seit einem Jahr unterwegs oder auf Sendung im Internet. Okay, dann wünsche ich euch noch viel Erfolg, viel Spaß auf dem Hessentag in der Uhrzeit. Hier steht der Franz. Hallo Franz. Hallo. Ah, super. Und guck mal an, der Mundart-Rockband aus Schwalmstadt. Also, Hessentag, Hessentag, freut ihr euch wie ich. Der Kameramann hatte die Kamera nicht an. Oh nein. Doch. Wir haben auch hier viele interessierte Besucher, die sich für Wetzlar für nächstes Jahr interessieren, was uns natürlich auch in unserem Interesse ist und doch gefällt uns gut. Also, nächstes Jahr, der Hessentag in Wetzlar, da kommen wir dann als Wetz und... Ursel? Nee. Achso. Hast du ein bisschen gepennt, oder? Hessentagstadt 2008. Ihr feiert immer noch, oder wie? Wir feiern immer noch und wir wollen weiter feiern. Hessentag in Ursel, einer der wichtigsten Orte, den es hier überhaupt gibt, ist der Stilleort. Wir gehen jetzt mal gucken, ob hier alles in Ordnung ist. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Mach doch mal aus. Ich hab eindeutig das längste Mikrofon hier. Bin ich mir ganz sicher. Eines Tages, wenn du nicht dran denkst. Das ist jetzt Ja, das ist ja schön. Ja, bitte. Untertitelung des ZDF, 2020